Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal mit eurem Brocken, meine geliebte Community. Ja, was soll man sagen? Zu Patch 9.1 hat Blizzard was richtig, richtig Geiles geplant. Und zwar kann man dann, wenn der Patch 9.1 live geht, seine Schlüsselsteine re-rollen. Ja, wie soll das ablaufen und was ist der re-roll in dieser Hinsicht überhaupt? Das heißt, als Beispiel, ihr lauft jetzt, keine Ahnung, Nebel plus 15 in Time, dieses ist sehr wichtig, die Mythisch-Plus-Steine, die ihr lauft, müssen in Time abgeschlossen werden. Habt ihr jetzt zum Beispiel ein Nebel 15 in Time abgeschlossen und bekommt dann als Beispiel am Ende einen Plus 16 blutiger Tiefen raus und ihr sagt einfach, den will ich einfach gar nicht laufen, da habe ich keine Lust drauf. Dann taucht, nachdem ihr den Schlüsselstein, wie gesagt, in Time abgeschlossen habt, ein Händler innerhalb der Instanz auf. Dieser wiederum ist aber auch einfach an der Schatzkammer, dort wo ihr euren wöchentlichen Loot abholen könnt, links daneben dann auch zu finden. Somit könnt ihr dann hingehen, ihr habt den jetzt abgeschlossen, habt ein 60er blutiger Tiefen und sagt einfach, habe ich keine Lust drauf. Dann klickt ihr diesen Händler an, gebt ihm den Schlüsselstein, klickt einmal sozusagen auf den Reward drauf und er generiert euch einen zufälligen Schlüsselstein wieder. Heißt, dann kann es zum Beispiel sein, dass ihr dann Halle der Sühne zum Beispiel bekommen habt, dass ihr dann Spitzen des Aufstiegs bekommt. Wichtig hierbei ist, ihr könnt keinen Schlüsselstein höher bekommen, als ihr gemacht habt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein 16er blutiger Tiefen rausbekommen habt, dann kann der nicht 17, 18, 19 oder 20 werden, sondern dann wird es einfach ein 16er innerhalb der ganzen acht Mythisch-Plus-Instanzen, die es dann aktuell gibt. Ist auf jeden Fall natürlich eine sehr, sehr nice Sache, dass man so zum Beispiel sagen kann, okay, wir haben jetzt Teammates und wir haben dreimal blutige Tiefen, haben wir irgendwie keine Lust drauf. Und vielleicht hat der andere Spitzen des Aufstiegs und ihr habt da keine Lust drauf. Und der andere hat zum Beispiel, weiß nicht, Halle der Sühne und ihr wollt das nicht machen und wollt einfach euer Glück nochmal versuchen. Dann könnt ihr dort, wie gesagt, einfach euer Glück versuchen, den Key dann reinschmeißen, einmal auf Reward drücken und bekommt dann einen neuen Key zugewiesen. Das kann natürlich auch negativ sein, klar. Man kann dann natürlich auch hingehen und sagen, okay, jetzt habe ich blutige Tiefen und ich hoffe halt einfach, dass zum Beispiel Halle der Sühne einfach rauskommt. Und man macht einen Reward und bekommt dann zum Beispiel die andere Seite und sagt, ah, brauche ich nicht unbedingt, schade. Aber so hat man auf jeden Fall die Möglichkeit. Wie oft man das Ganze machen kann, steht leider noch nicht fest, ob man das jetzt nach jeder Ini machen kann. Einmal alle 24 Stunden, einmal pro Woche. Das ist soweit auf jeden Fall noch nicht bekannt. Dazu werde ich euch dann natürlich weitere Informationen geben. Eine weitere coole kleine Änderung, die ich noch am Ende auf jeden Fall mit anmerken möchte, ist, als Beispiel, ihr kennt das Ganze, ihr habt eine Woche relativ viele Keys gespielt, habt eure Weekly Chests aufgemacht, habt dort einen Schlüsselstein rausbekommen und habt dann aber zum Beispiel, weil die Affixe nicht gut waren oder im Real Life sehr, sehr viel zu tun hattet, einfach mal eine Woche gar nicht Keys gespielt. Das heißt, ihr habt einfach am Ende natürlich keinen Schlüsselstein, heißt, ihr müsstet erst eine Instanz gehen. Auch da hat Blizzard nun Abhilfe geschafft, denn der Händler, der sozusagen die Keys für euch auch Reward, dort könnt ihr einfach hingehen. Wenn ihr keine Kiste gespielt haben solltet, könnt diesen dann ansprechen und der weist euch dann einen Key zufallsgeneriert auf das, was ihr die Woche davor gespielt habt, einfach zu. So müsst ihr keine Instanz gehen und habt dann wieder einen aktiven Mythisch Plus Key, mit dem ihr euch dann mit euren Mates oder mit Randoms auf jeden Fall durch die Instanz schlagen könnt. Was sagt ihr zu dieser Änderung? Ich persönlich finde diese Änderung einfach mega, mega nice. Egal, ob man das jetzt einmal pro Woche, alle 24 Stunden oder von mir aus auch täglich oder zehnmal am Tag machen kann. Ich weiß es ja nicht. Mir wäre es auch nett, wenn man es einmal die Woche einfach machen kann. Ist trotzdem eine sehr, sehr schöne Änderung. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall über diese Änderung. Wie gesagt, was sagt ihr dazu? Freut ihr euch auf so eine Änderung? Wenn ja, schreibt sie in die Kommentare. Wenn nicht, auch das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Eure Meinung ist mir diesbezüglich auf jeden Fall sehr wichtig. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wenn euch diese Information gefallen hat und ihr sagt nice Info, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben, da ihr wisst, meine Freunde, Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen. Und bringt diesen Kanal hier auf jeden Fall voran. Wenn ihr von mir aber gar nichts mehr verpassen möchtet, egal ob es Infos rund um WoW sind, Livestreams um WoW sind oder auch andere Livestream-Spiele und Let's Plays hier auf meinem Kanal, so könnt ihr jetzt jederzeit gerne rechts außen einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufen, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.